Die Sturmfront hatte in Teilen Oberösterreichs für zahlreiche Schäden gesorgt. Die Feuerwehr verzeichnete am Abend über 200 Einsätze, bei denen Straßen durch Bäume oder abgebrochene Äste blockiert waren. Dächer oder Baustellen wie zum Beispiel Inmachtrenk mussten abgesichert werden. Der 24 Meter hohe Wasserturm Inmachtrenk, der gerade saniert wird und daher eingerüstet worden ist, hier musste die Feuerwehr ausrücken, um das Gerüst und das Baumaterial, das vom Sturm verweht wurde, zu sichern. Rasch gelöscht werden konnten auch kleine Brände, die durch Bäume, die in Stromleitungen stürzten, ausgelöst wurden. In Christkirchen wurde der Maibaum am Stadtplatz sicherheitshalber abgeschnitten. Insgesamt 101 Einsätze mit 1400 Mann, für die Feuerwehren ein arbeitsreicher und intensiver Freitagabend. Im Bereich von 19.30 bis 21.30 Uhr haben wir nur da von der Landeswarenzentrale 100 Alarmierungen gemacht. Und ja, da kann man sich vorstellen, da schäbert alle Minuten das Telefon. Nach zweieinhalb Stunden ließen die Sturmböen, die im Zentralraum bis zu 93 Stundenkilometer erreichten, wieder nach. Und damit ging das kurze Sommerunwetter in Oberösterreich wieder zu Ende. Schuss.